So, willkommen bei Ferenc Neach und einem weiteren Angezockt von Arkham Horror Mothers Embrace. So, ordentlich hingesetzt. Die meisten werden das noch nicht wissen, aber ich bin ein absolut krasser Cthulhu-Fan und HP Lovecraft-Fan. Die Geschichten gelesen, wer es nicht weiß, ist ein Horrorautor aus den 30er Jahren. Der, ja, also quasi wurde nach seinem Tod der Cthulhu-Mythos von den Fans ins Leben gerufen. Und Arkham Horror ist auch unter anderem ein Brettspiel und da gibt es verschiedene Ableger von. Und das ist jetzt Mothers Embrace. Wir spielen das auf der Switch und zocken das Ganze mal an. Ja, hier steht Fortfahren, weil ich schon mal Sound-mäßig so ein bisschen rumprobiert habe. Und dann gucken wir doch mal, ja, wir wollen den Spielstand überschreiben. Äh, hallo? So. Ja. Und dann gucken wir doch mal, weil, ja, ich meine, gelesen zu haben, dass für die Switch die Performance so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, muss man, nicht so doll sein soll. Also auf dem PC natürlich, ja, ich weiß, immer besser. Aber wir gucken mal. Gucken mal und ich bin gespannt auf das Game und wie sie es umgesetzt haben. So, ja, jetzt kann man sich hier den Ermittler aussuchen, das ist schon mal sehr geil. Ich hatte getestet mit... Äh, Stimmen mache ich gleich nochmal ein bisschen leiser, glaube ich, könnte ein bisschen zu laut sein, nicht wahr? Jim Calver, ich glaube, ich hatte mit ihnen gestartet. Ja, die haben sowas wie mentaler Widerstand. Und, ähm, ich meine sowas wie ein Skill, ne? Zum Beispiel hier, ich tue, was ich will. Jenny kann nicht den Zustand aufgehalten erleiden. Also die haben halt alle so eine Eigenschaft, wie es aussieht. Und, ähm, Ermittlungsattribute, Kampfattribute, ja. Der hat eine starke Initiative. Nahkampf durchschnittlich, Fernkampf stark, Magie durchschnittlich. Äh. Äh, ich glaube, ihn hatte ich genommen, ne? Nahkampf stark. William Yorick. Der Todgräber, ja, finde ich gut. Größere Chancen, negativen Zustandseffekte zu widerstehen. Ja, ich glaube, ich nehme William, ne? Jetzt gibt es hier noch so eine kleine Biografie, die man sich durchlesen kann. Aber, ich glaube, wir starten mal. Naja, hier hat man noch so eine Legende, was das Ganze bedeutet. Huch? Was hast du jetzt gemacht? Ah, ich habe abgebrochen. Nein, so ein Ärger. Äh. Das tut mir leid. Naja, müssen wir nochmal. Durch die Ladezeit durch. Oh, meine Güte. Naja. Auch nicht verkehrt. Ja, ich werde William Yorick nehmen und dann starten wir mal das Spiel. Ah, jetzt hätte ich auch den Sound leise machen können bei den Stimmen. Ah, es tut mir leid. Mach ich gleich. Vielleicht geht's ja auch. So, ja, wir nehmen... Die finde ich auch irgendwie ziemlich... Magie schwach. Ne, ich will zaubern. Ja. Wir starten mit William Yorick. So. Welcher ist denn euer... Also, für die Leute, die sich damit auskennen, welcher ist denn euer Lieblingsgroßer Alter? Meiner ist die Schwarzziege des Waldes. Jedenfalls ziemlich cool. Äh. Ja. Ladezeiten sieht man jetzt schon ein bisschen länger. Aber das stört jetzt erstmal nicht weiter. Wir gucken mal. Also, ich meine Performance-Technik. Ich hatte es ja schon mal kurz angezeigt. War es nicht so die Bombe. Aber ich glaube, in Innenräumen war es relativ okay. Aber... Weiß nicht. Bei so einem Spielen ist es mir eigentlich immer relativ wurscht. Also, ich... Hauptsächlich, ähm... Finde ich es gut, wenn die Atmosphäre halt einfach passt. Und die Story gut ge... Äh... Erzählt ist. Da ist mir das Technische eigentlich schon relativ egal. Es sollte natürlich nicht absolut katastrophal sein, aber... Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Allow me to introduce myself. I hoped the trip would provide me with the evidence required to conclude my decades-long research. Yesterday, you received my telegram requesting that you meet me at my house just outside Arkham. And so, you've decided to join me in my mansion. The estimable professor suggested a desire to organize a theatrical extravaganza. At last, a patroness who recognizes my talent. Welcome to my mansion, my friend. I'd better ring the bell. So, und damit geht's los. So, und ja... Hier wokelt es schon. Ja, hm... Das ist natürlich ziemlich heftig, ne? Aber... Ja... Wir gucken einfach mal, wie's läuft. So, hier kann man sich Sachen angucken. Hier steht das Auto, mit dem du angekommen bist. Bevor du gehst, solltest du dich mit Professor Tillinghuis treffen. Also, die Ausgangssituation ist schon ziemlich cool, ne? Louisiana und irgendein Himmelsobjekt. Und, ah, der schreit förmlich nach, nach einer guten Story. Hoffe ich doch mal. Okay. Ja, wir klingeln mal. Man kann hier ein bisschen schneller laufen. Es fällt sofort auf, man will irgendwie die Kamera drehen. Ne? Vernünftig. Aber es geht nicht. Okay, der Motor ist kalt. Ah, wie's ruckelt. Ah, es nervt schon ein bisschen, naja. Oh, answer me. Wait, Hamlet's talking to a ghost in that one. Bad choice. Oh, how rude of me to make you wait like this. I wonder whether something's wrong. There's a light coming from that second floor window. She must be home. Let the doors be shut upon him. That he may play the fool nowhere but in his own house. Or I could just let myself in. Und genau das werde ich tun, ne? Szenarios Ziel. Jedes Szenario hat bestimmte Ziele, die es abzuschließen gilt, um zum nächsten Szenario fortzuschreiten. Diese Ziele sind in deinem Notizbuch aufgeführt und werden entsprechend deines Fortschritts aktualisiert. Hier haben wir so ein Notizbuch. Ja, da sehen wir auch. Niemand öffnet die Tür, aber du siehst ein Licht im ersten Stock, ne? Also muss doch jemand zu Hause sein. Triff dich mit Professor Tillinghurst. Hier ist noch eine kleine Geschichte. Sie sind zu meiner bescheidenen Villa in Arkham gekommen, nachdem ich Professor Wilhelmina Tillinghurst sie persönlich eingeladen habe. Also, als ich ihn die Tür nicht öffnete, wurde ihm sofort klar, dass etwas nicht stimmt. Schließlich bin ich keines dieser geistesabwesenden Hühner, das sich von jeder noch so kleinen Angelegenheit ablenken lässt. Vernünftigerweise suchten sie daher nach einem anderen Weg ins Innere des Hauses, um sicherzustellen, dass es mir gut ging. Naja, hier haben wir noch Informationen über meinen Ermittler. So ein kurzes Story, Background, was für Traumatei er hat, wie viel Leben und Geistes-Kreis, äh, Geistes-Lebenspunkte, ne? Hier haben wir eine Karte in dem Garten. So, und jetzt müssen wir versuchen, hier irgendwie reinzukommen. Haustür ist verschlossen. Okay. Können wir doch sicherlich... Äh, ich glaube, wie war das? Ich habe es ja schon mal kurz angespielt, irgendwo... Ja, also man muss hier hoch, ne? Eine Kiste unter dem Fenster im Erdgeschoss lädt dich gerade dazu ein, diesen Weg zu probieren, aber das Fenster selbst ist abgeschlossen. Mhm. Genau, Aufgabe Nummer 1, irgendwie hier reinkommen. Genau, irgendwas müssen wir finden, um das Fenster einzuschlagen. Hm, ja, hier beim Tor nicht. Ah, wie war das nochmal? Irgendwo lag hier was rum. Das weiß ich noch. Was ist das hier, äh, irgendein Gitter? Ein Gewächshaus. Okay. Oh, jetzt, jetzt geht's los. Äh, ich hoffe natürlich, dass mit der Taste, die ich gerade benutze, um schneller zu gehen, dass das vielleicht noch ein bisschen schneller gehen könnte. Aber, ach, warte mal, ich glaube, entweder hier, nee, jetzt kann ich hier was suchen, ne? Ja, genau, genau, genau. Habe ich doch richtig, äh, gedacht. Ein, was? Komplexe Interaktion. Einige Interaktionen mit Objekten lassen dich aus mehreren Handlungsoptionen auswählen. Sie werden als komplexe Interaktion bezeichnet. Eine Schubkarre steht verlassen auf dem Rasen. Vielleicht findest du darin etwas, mit dem du das Fenster einschlagen kannst. Durchsuchen. Ja, ein Kabelschneider. Boom. Ein wunderschönes Piano. Guck mal, wir müssen was an hier. Großes Gemälde eines Kometen, wie er durch den Nachthimmel jagt. Anscheinend färbt das Interesse der Professorin an Astronomie auch ihren Kunstgeschmack. So, wo war die Karte? Hier, Steuerkreuz nach oben. Erdgeschoss. Na gut, dann gehen wir mal durch die Türe. Ah, zerbrochene Vase. Na, da ist doch was passiert, oder nicht? So, okay. Komplexe Interaktion. Wenn deine Ermittler über das notwendige Wissen verfügen, geben sie Ratschläge zur sinnvollsten Handlung. Ansonsten sagen sie nichts. Und er hat keinen Ratschlag. Denn sein logisches Wissen wird abgefragt. Scherben eines fragilen Objekts liegen am Bogen. Vielleicht ist das ein Hinweis. Vielleicht auch nicht. So, und jetzt, ähm... Eine unpassende Aktion führt die Mythos-Uhr schneller. Oben rechts sieht man die Mythos-Uhr. Setzen wir die Vase wieder zusammen, oder... Klicke ich auf Manipulieren, was auch immer das heißen soll. Habe ich keine Ahnung. Was heißt denn Manipulieren? Wir setzen es mal einfach zusammen. Scheinbar funktioniert. Eine genauere Untersuchung des zerbrochenen Gegenstands enthüllt, dass er einmal eine Vase war. Ach nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Angesichts der Position vermutest du, dass sie von dem kleinen Tisch in der Nähe fiel. Und da auf den Scherben kein Staub liegt, kann es nicht lange her sein. Da würde ich einen Real-Lauf, äh, einen Real-Lauf, Real-Life, würde ich da gar nicht drauf kommen, ne? Also das mit dem Staub. Interessant. Oh, Verstandsverlust. Oh, okay, was haben wir hier? Äh, ein Tisch. Auf dem kleinen Tisch türmen sich alle Handgegenstände. Wenn du sie dir genauer ansiehst, findest du vielleicht etwas Nützliches. Eine unpassende Aktion. Ja, bla bla bla. Äh, jetzt habe ich Durchsehen oder Untersuchen. Ne, Durchsehen. Gucken mal durch, ne? Ah. Ja, eine Waffe gefunden. Da können wir jetzt auf Bewegen klicken und in das Inventar verfrachten. So, kann ich jetzt... Ah ja, hier ist das Inventar. Ein bis drei Schaden, 60 Prozent, äh, habe ich vergessen. So, hier ist das Inventar ist hier. Ah ja. Kosten zwei Aktionspunkte, Vorschlag oder Messer. Macht natürlich mehr Schaden und hat eine kritische Trefferchance von 30 Prozent. Eine scharfe Klinge stechen sie mit dem Spitzenende zu. Mh, das habe ich jetzt auch... Ah, guck mal. Ausrüsten. Super. Können wir hier rein? Ne. Können wir hier... Also, es kam ja von oben. Das heißt, ich gucke mich erst mal unten um. Egal, mit Damen... Schuhen... Okay. Können wir hier rein? Abgeschlossen. Okay, dann gehen wir mal nach oben, ne? Okay, ich glaube hier... Genau, da ist das Büro. Also, als wir reinkamen, hat sie noch gelebt. Ja, genau. Finde den Schlüssel ist jetzt die, äh... Das nächste Ziel. Wir gehen mal hier rein. Da ist eine Tür, wo ich nicht rein muss. Und hier. Tür führt nicht dahin, wo... Achso, ich muss tatsächlich jetzt einfach zu ihr rein, oder was? Gemälde von Katzen, ne? Ja, vielleicht ein Hinweis auf die Geschichte... Die Katzen von Ultra oder Ultur. Hier kann ich rein. Badezimmer. Ebenbild blickt dich von jedem Satz des blitzsauberen Glases des Badezimmerspiegels an. Oh, Fingerfertigkeit verlangt. Dieser stabile Schrank ist fest verschlossen. Jetzt können wir es aufbrechen. Oder Schloss aufbrechen. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Schloss aufbrechen. Ja, Bandagen. Mit einem gekonnten Handgriff kannst du den Behälter öffnen und hineinlinsen. Du hast einen neuen Gegenstand. Bandagen. So. Sehr schön. Hier haben wir noch eine Tür. Oh, was ist hier? Kinderzimmer. Spielzeug ist so ordentlich im Raum angeordnet, dass du vermutest, kein Kind habe es je berührt. Creepy. Hä? Und da ist jemand im Haus. Hallo. Wo geht's? Ahem. Uh. Wo geht's there? Ich werde fragen. Roland Banks, Bureau of Investigation. Ich bin auf dem Job. Wo sind Sie? Und was ist Ihre Grund für hier? Was würde ein Federaler Agenten mit mir? William Yorick. Okay. Roland Banks hat sich uns angeschlossen. Hier auch kleine Geschichte dazu. Ja, zum ersten Mal getroffen, als er mich... Bla, bla, bla. Kann ich später noch lesen. Fernkampf stark, Initiative stark. Roland hat eine größere Chance auf einen kritischen Treffer im Kampf. Okay, also das FBI hat quasi die Professoren observiert, weil die quasi Informationen darüber hatten, dass irgendwelche Leute sie in irgendwas verwickeln wollen. Aha. Eine Wiege, eine Krippe für ein Kleinkind. Aber warum hat so eine alte Dame, sage ich mal, hier Sachen für ein Kleinkind? Enkel oder was? Enkel, Enkelin. Offenbar nicht neu, aber sehr gut gepflegt. Ja, warum soll ich es jetzt verschieben? Leeren. Leeren? Ne, das war vollkommen verkehrt. Oh. Im Laufe deiner Ermittlungen lenkst du die Aufmerksamkeit der großen Alten auf dich. Das wird als Mythos bezeichnet. Die Mythos-Uhr füllt sich jedes Mal, wenn du bei einer komplexen Interaktion eine unpassende Aktion ausführst, so wie am Ende jeder vollen Kampfrunde. Echt? Nach jeder vollen Kampfrunde geht das ein Ding weiter? Okay, wenn die Mythos-Uhr voll ist, müssen sich die großen Alten ein, um deinen Fortschritt aufzuhalten. Sei auf der Hut. Ja, dann verschiebe es doch mal. Ja, ein Büroschlüssel gefunden. Ah. Ja, sehr schön. Es heißt quasi, ja, stimmt alles, ne, aber was interessiert die Leute das? Ja. Sehe ich irgendwie genauso. Aber gefragt habe ich mich das natürlich auch. So, was haben wir denn hier noch? Ah, wieder eine komplexe Interaktion. Eine stabile Holztusie. Scheint nicht verschlossen zu sein, doch irgendetwas scheint den Deckel zu blockieren. Aufbrechen, schütteln. Ich glaube nicht, dass Schütteln funktioniert. Ach, guck mal, da... Ach ja, völlig vergessen. Ja, die Tipps, ne? Guck mal, da sagt er ja, das muss man bloß mal ordentlich schütteln. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Die haben ja manchmal Sachen zu erzählen zu bestimmten Aktionen. Schütteln wir mal. Du öffnest die Truhe und entdeckst einen Bücherstapel. Darüber liegt ein einzelner Bogen Papier mit einem Rezept für Apfel... Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich sage jetzt mal Bike-Netz. Äpfel schälen, entkehren und quer in dicke Scheiben schneiden. Okay, ist einfach nur ein Rezept, aber... Warum? Was soll ich jetzt mit dem Rezept? Ist das nur wichtig? Ist das ein Item? Ist das nun eine... Ist das eine Kerze? Ja, einfach nur eine Kerze. Dann haben wir hier noch ein Regal mit... Was sind das? Zigaretten. Eine Packung Zigaretten. Genau das Richtige, um die Nerven zu beruhigen. Plus einen Verstand und Schaden gegen sich selbst. Einen. Und das bewegen wir zu... Ihn hier. Er raucht. Er raucht, ne? Würde ich meinen. Er hat auch hier eine Derringer. Eine Derringer. Seit 38er Revolver. Was ordentlich Damage macht. Hat er auch schon ausgerüstet. So, dann... Ja, schließen wir mal die Tür zum Büro auf und gucken mal, was da passiert. Oder auch nicht passiert. Wie auch immer. Oh. Ja, genau. Nämlich genau das. Feindbegegnung. Du wirst bei deiner Ermittlung auf Gegner stoßen. Das Leuchten unter der Tür verrät dir, in welchem Raum sich Gegner befinden. Ach so, da sieht man es ganz schwach. Ja. Die Tür durch den, äh... Die du den Schrei der Professoren gehört hast. Sie ist abgeschlossen. Aufschließen. Ja, und da haben wir Kultisten. Ein Intruder. Wie viele Leute kann ich heute in mein Haus brechen? Wer bist du? Hör, Val. Du hast etwas Erklärung zu tun. Komm dann. Ich habe nur die Erklärung, die du verdienst. Und Gart schuft. Okay, jetzt kriegen wir direkt, äh, äh, Schaden. Rundenbasierter Kampf. Der Kampf verläuft rundenbasiert. Alle Charaktere handeln ohne Zeiteinschränkungen nacheinander. Die Reihenfolge der Angreifer wird durch die zu Beginn des Kampfes ausgewürfelten Initiative festgelegt. Und am oberen Bildschirmrand auf der Initiativleiste angezeigt. Ja, das sind die Aktionspunkte. Hier hat man fünf Stück. Jede Aktion kostet eine festgelegte Menge. Okay. Drei Arten von Angriffe. Nahkampf, Fernkampf, Zauberbücher. Okay, und je nachdem, wie die... Was die können, sind die auch gut oder nicht? Bla. Beeinflussen die Aktionspunkte. Verstehe. Okay, hier kann ich mich bewegen. Ich kann ausrüsten. Haben wir ja. Ich kann die Bandage verwenden. Ich kann Handel... Was ist denn Handel? Einen Feuerschutz geben oder die Runde beenden. Wir können ja mal... Äh... Ich kann mich bewegen und zu ihm hingehen. Ah, ja, okay. Kann ich bestätigen und dann kann ich das... Ähm... Messer... ...auf ihn anwenden. Oh. Sobald du alle Aktionspunkte verbraucht hast oder die Runde eines spezifischen Ermittlers beenden willst, kannst du die Aktionrunde beenden auswählen. Kann ich jetzt... Kann ich jetzt noch... Ich kann jetzt noch weggehen. Ah, okay. Äh, krass. Ja. Äh. Und wenn? Ja. Äh, geil. Ich kann dann noch weggehen. Und er kann ja direkt schon mal... Äh... Schießen. Er kann auch nachladen. Ja. Oh, ja. Boom. What's going on? We'd better have a look inside. Okay, das war nicht so schwer. Jetzt haben wir hier einen Tisch. Auf dem kleinen Tisch siehst du einen interessanten Gegenstand. Bandagen. Äh. Ja. Okay. Gebe ich ihm mal nachladen. Okay. Denk dran, Waffen nach jedem Kampf nachzuladen. Wähle deine Waffen und dann die Option nachladen. Äh. Wo war das Inventar? Hier. Okay. Dann kann man hier auf nachladen. Okay. Dann... Gehen wir mal rein. Und sie ist tot. Und sie ist tot. Ja, und auf jeden Fall, ähm... Gab's hier scheinbar ein Ritual. Die Professorin ist tot. Äh... Ja. Er ist als Letzte dann. Mach ich erst mal sie kalt? Ne, warte mal. Doch, ne? Sie hat ein Messer. Sie wird mehr Schaden machen. Aber ich komm da mit ihm... Doch, ich komm mit ihm da hin. Braucht aber zwei... Punkt... Äh... Drei Bewegungspunkte. Und zu ihm nur zwei. Okay. Und das Geile ist... Ich kann sogar noch... Ein bisschen weggehen. So bis hier. Ist voll cool. Dass ich mich dann noch bewegen kann. Ja, beenden wir mal die Runde. Und der... Roland, der kann ja mal direkt auf jemanden ballern. Er ist dann direkt tot. Und dann wird Roland Schaden nehmen von dem Messer-Tussi. Aber er hat ein bisschen mehr Leben als... Roland... Äh, als William. Ich falle an ihn schon mal kaputt hier. Irgendeiner wird Schaden nehmen. Das ist klar. Oder? Ja. Äh... Ich kann natürlich jetzt noch... Was ist denn Fokus erneuern? Auf der Initiativleiste eine Position aufrücken. Dann ist er quasi... Nochmal dran. Ach nee, er ist nochmal dran. Äh? Nee. Uh. Ah, das hat Aua gemacht. Nachdem alle Charaktere am Zug waren, füllt sich die Mythos-Uhr. Sei auf der Hut. Äh, das mit dem Fokus war jetzt ziemlich dumm. Aber gut, muss man auch mal ausprobieren, ne? So, aus nächster Nähe in den Kopf schießen, Junge. Und das war kritisch? Ja. Cool. Cool. Ja. So. Zu deiner Bestürzung erkennst du, dass der Leichnam eindeutig der von Professor Tillinghast ist. Sie ist offensichtlich tot. Wir gucken sie mal an. Alter Scheiße. Du spürst, wie dein Geist ins Wanken gerät. Verstanden das, Prüfung. Eine tiefe, blutende Wunde in der Magengegend scheint zu ihrem Ableben geführt zu haben. Angesetzt des Blutflusses wurde sie offenbar erst kürzlich getötet. Abgestocken. Ja, ist wahrscheinlich auch richtig kacke sowas, ey. Okay, naja. So. Logisch. Es sollte möglich sein, einen Teil des Objekts wieder zusammenzusetzen. Glassplitter. Glasspuren glitzern auf dem Boden. Du kannst nicht auf Anhieb sagen, was für einen Gegenstand sie früher bildeten. Dann setzen wir sie mal zusammen. Als du den Großteil der Scherben zusammengesetzt hast, erkennst du in Glas, wie man es in Laboren verwendet. Aufgedruckt sind die Worte Miska-Uni-Vis-Labor. Mhm. Immer noch Unterlagen. Die Schreibtischschublade ist verschlossen. Du musst sie öffnen, bevor du sie durchsuchen kannst. Natürlich Schwäche finden. Die Schublade sind etliche Notizbücher gestopft. Auf den ersten Blick scheint dort nichts zu stehen, was mit dem Mord zusammenhängt. Aber offensichtlich hat Professor Tellinghouse selbst trivialste Ereignisse ihres Lebens aufgezeichnet. Zum Beispiel die Uhr. Uhr trennt weiter ticken die Sekunden. Trotz der Beteuerung der Dichter hat das schreckliche Verbrechen sie nicht angehalten. Ja, was ist das? Oh. Eine große Glühfe wurde auf dem Boden gemalt, augenscheinlich mit Blut. Du bist dir sicher, dass Professor Tellinghouse absichtlich darüber getötet wurde? Mhm. Das lässt aber die Frage nach dem Warum offen. Hm. Hm. An ill sign. That and drawn in blood. My nice, clean floor. Ruined. That looks like some kind of cult symbol. This ain't a garden variety burglary. Asmodee Digital und, ähm, Fantasy Flight. Glaub ich heißt die Firma. Präsentieren. Ein Spiel von Lucky Hammers. Und Artifacts Studio. Ja. Arkham Horror. Mothers Embrace. Komisch, da frage ich mich jetzt schon, was das zu bedeuten. Mothers Embrace. Und da hatte die, äh, Professorin ein Kinderzimmer. Hm. Du bist noch immer bei klarem Verstand. Das ist doch was Gutes, oder nicht? Professor Tillinghast wurde tot in ihrem eigenen Haus aufgefunden. Anscheinend von Mitgliedern eines Kults ermordet. Was ist geschehen? Ja, das haben wir alles. Deine Ermittler kehren ins Büro zurück. Und haben einen, eine Lade, Ladebildschirm. Ja. Dann geht's wohl auf in die Miskatonic University. Ja, die Suche nach dem Sinn in den Sternen. Gruppenauswahl. Du musst eine Gruppe auswählen, die im nächsten Szenario mit der Ermittlung fortfährt. Wähle die Gruppenmitglieder basierend auf den Herausforderungen aus, die du in diesem Einsatz erwartest. Bei Bedarf kannst du die Stärke der Ermittler in deinem Notizbuch einsehen. Äh, gut. Ich hab ja nur die beiden, ne? Ähm. Nehme ich beide doch mit. Bist du dir sicher, dass diese Ermittler in Grauen gewachsen sind? So, Professor Tillinghast verbrachte mindestens so viel Zeit an der Miskatonic Universität wie in ihrem eigenen Zuhause. Es gibt keinen besseren Ort, um herauszufinden, womit sie sich vor ihrem schrecklichen Mord beschäftigte. So, dann nimm mir doch mal beide. Ich hab ja nur die beiden. Ja. Und los geht's. Büro und Ausrüstung. Am Ende eines Szenarios werden alle Gegenstände, die du während deiner Ermittlung gesammelt hast, hier gelagert. Bevor du wieder aufbrichst, kann ich die Sachen meinen Ermittlern zuweisen. Äh, okay. Hier kann ich auch... Das ist ein bisschen ärgerlich, dass das nicht, äh, direkt so bleibt. Ich meine, ich kann verstehen, dass man das so ein bisschen... Ja. Ist ja auch ganz nett, wenn man aussuchen kann, wer was haben soll. Ne, weil vielleicht will man nochmal was umdisponieren und so, aber... Naja, gut. Das Meckern auf höchsten Niveau. Szenario starten. Spielt wahrscheinlich später eine Rolle, wenn man vielleicht ein paar mehr Ermittler hat. Wahrscheinlich trifft man auch noch hier und da welche. Und... Dann macht's natürlich auch mehr Sinn zu sagen, hier, du nimmst, äh, das Zauberbuch und, ähm... Du nimmst die Knarre oder so, ne? Ja, grafisch... Also, auf der technischen Seite ist es natürlich jetzt nicht so der Hit, finde ich. Also, es ist jetzt nicht, äh... Ja, es ist kein Triple-A-Titel. Muss ja auch nicht sein, aber... Ähm... Die Ausgangssituation ist doch recht interessant. Und darauf kommt's an, finde ich. Da muss man erst mal gucken, wie's weitergeht. Und, äh... Was jetzt in der Universität passiert oder auch nicht passiert, kann man weiter gespannt sein, ne? Wenn die Ladezeit mal rum ist, ein bisschen lang, aber... Naja... Which includes the country's largest collection of occult books. I once studied here as a student, later donning the mantle of professor and passing along all I learned to the next generation of astronomy students. This place was like a second home to me. Perhaps the things I left behind will provide you with clues to the answers you seek. Science and astrophysics are all very well if what you want is a good job. I, of course, prefer the drama department. Yeah. It has changed over the years. But no place feels more like home to me. Not even my little house. The secretary said, Professor Norman Withers could give us access to Professor Tillinghust's office. But what do we expect to find? And we won't know until we look. Alright. Let's brace this Withers character and find out what's what. Okay. Die Statusanzeige ist sowohl bei der Erkundung als auch im Kampf verfügbar, indem du drückst. Standardmäßig werden die derzeit auf deiner Gruppe Wirkner an Werte angezeigt, Mythos, Traumata und Zustände. Und derzeit gibt es nichts Besonderes. Aber bald, wie man sieht, resettet sich die Uhr oben rechts nicht, sondern bleibt an der Stelle stehen. Aber wir sind voll geheilt, wie es aussieht. Okay. Ja, jetzt guck mal hier. Der Fußboden zum Beispiel. Es ist alles von der Textur natürlich relativ einfach gehalten. Und sieht alles ein bisschen... Ja... Keine Ahnung. Ist okay, ne? Wie gesagt, mich interessiert mehr die Atmosphäre. Ich bin gespannt, wie es in der Universität weitergeht. Und dann sehen wir uns im nächsten angezockten Part von Arkham Horror, Mother's Embrace. Bis dahin, haut rein!